Kann man geschlossene Aufhebungsverträge widerrufen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Arne Schrein, Rechtsanwalt aus München und Referent der WAF. Ja, ich möchte Ihnen heute ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht präsentieren vom 7. Februar 2019. Folgender Sachverhalt. Es gab einen Arbeitgeber, es gab einen Arbeitnehmer und die haben einen Aufhebungsvertrag in der Wohnung des Arbeitnehmers geschlossen. Ja, mit welchen Eckdaten auch immer. Jedenfalls war irgendwann im Nachgang, nachdem er den Vertrag geschlossen hat, der Arbeitnehmer nicht mehr so ganz zufrieden mit dem, was er unterschrieben hat und hat dann diesen Aufhebungsvertrag widerrufen. Warum? Ja, er hat das Argument gebracht in § 312 fortfolgende BGB. Da steht so etwas drin, wenn in den Wohnräumen eines Verbrauchers ein Vertrag geschlossen wird, da hat man ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Und davon hat er jetzt Gebrauch gemacht. Ja, und das war jetzt bisher noch nicht beim Bundesarbeitsgericht geklärt worden, gilt dieses Widerrufsrecht für so Haustürwiderrufsgeschäfte. Also es wäre praktisch parallel, wenn es in Ihrer Haustür klingelt und da kommt so einer von der Drückerkolonne und möchte Ihnen da so ein Zeitschriften-Abo ans Bein binden. Und Sie sagen irgendwie, oh Gott, ja, also dadurch schreibe ich jetzt irgendwas, hauptsache Sie gehen und dann machen Sie das. Und am Abend denken Sie sich, was für ein Quatsch. Die Zeitschrift XY, die habe ich schon 20 Mal auf dem Tisch liegen. Also ich widerrufe den ganzen Kram. Kann man machen. Aber gilt dieses Recht jetzt auch für Aufhebungsverträge? Ja, und da hat jetzt das BAG gesagt, nein, gilt nicht. Warum? Der Gesetzgeber hat das ausdrücklich aus der Regelung herausgelassen. Das ist auch nicht ganz vergleichbar. Das Einzige, was das BAG gesagt hat, nur das Gebot des fairen Verhandelns muss eingehalten sein. Also man darf den Arbeitnehmer nicht zu arg unter Druck gesetzt haben, damit er unterschreibt. Problem nur in der Praxis, das zu beweisen. Denn wenn nun der Arbeitgeber zum Arbeitnehmer geht und sagt, gucken Sie mal, wir haben hier einen Aufhebungsvertrag als Muster. Wäre schon schön, wenn Sie unterschreiben. Und dann sagt der Arbeitnehmer irgendwie aus der Note heraus, also bevor es noch schlimmer wird, mache ich es lieber. Und dann wollen Sie nach ein, zwei Wochen sagen, ja, ich wurde ja unter Druck gesetzt, bedroht oder irgendwas. Da läuft ja nun nicht immer parallel in der Kamera mit und sonst irgendwas. Also es wird wohl schwierig sein, das zu beweisen, dass es nicht ganz fair war. Das wird natürlich immer von der anderen Seite anders dargestellt. Vielleicht war es ja auch fair. Insofern der Tipp an Sie, wenn Sie wissen, dass in der Firma Aufhebungsverträge rumgehen, müssen die auch nicht immer schlecht sein. Nur sagen Sie bitte den Arbeitnehmern, bevor die unterschreiben, so arg wie der Druck auch gefühlt sein mag, erstmal eine Nacht drüber schlafen, jemanden drüber lesen lassen, der mehr Ahnung hat. Denn wenn man unterschrieben hat, kommt man zu 99,9% aus dem Vertrag eigentlich nicht mehr raus. Kommen Sie mit diesen Erkenntnissen gut durch diesen Tag. Ihr Arne Schrein. Hat's dir gefallen? Super, dann sieh dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.